erstmal willkommen zur neuen folge von der raumplanung in drei minuten heute geht es um den begriff des leitbildes der begriff des leitbildes ist in meinen videos immer mal wieder am rande gefallen insbesondere wenn ich das leitbild der autogerechten stadt erwähne und mich mal wieder darüber aufgeregt habe ich habe den begriff glaube ich auch mal vor längerer zeit in einer der ersten folgen von der raumplanung in drei minuten anhand des raumordnungsgesetzes erklärt wo es auch viele andere begriffe der raumplanung und raumordnung im speziellen vorgestellt habe heute werde ich aber den begriff noch mal ganz allgemein erklären weil er in der raumplanung eigentlich wichtig ist und auch in den sozialwissenschaften und vielen anderen bereichen die eng mit der raumplanung verzahnt sind immer wieder eine rolle spielen ich dachte mir dass wir dazu dieses buch hier zur hand nehmen wer meine videos regelmäßig guckt der hat mich sicherlich auch schon mal öfter in diesem buch etwas nachschlagen sehen hier dieses buch beschreibt den begriff sehr gut hier befindet sich nämlich auf seite 288 eine sehr gute definition des begriffes und die ziehen wir jetzt einfach mal her ran und gemäß einer zitierung eines buchausschnitts von einem buch eines gewissen däne da müsste ich jetzt eigentlich genau imgleich nachgucken wie das buch heißt habe ich aber gerade keinen bock drauf bitte guckt euch meine schlechte art zu zitieren jetzt nicht ab jedenfalls definiert dieser das buch hier und das ist dann halt hier zitiert der begriff des leitbildes ein leitbild der räumlichen entwicklung ist eine anschauliche übergeordnete zielvorstellung von einem raum die von der mehrheit der angesprochenen menschen und institutionen mitgetragen werden soll das raumbedeutende handlungen einzelner leiten und so die räumliche entwicklung lenken soll das ist natürlich mal wieder raumplanerisch fachlich formuliert da ist jetzt die frage was bedeutet das jetzt eigentlich fassen wir nochmal zusammen es ist eine anschauliche übergeordnete zielvorstellung das heißt es ist ein vereinfachtes bild oder eine vereinfachte vorstellung davon wie der raum aussehen soll und darauf aufbauend versucht dann die mehrheit der raumplaner oder sonstiger menschen einen plan aufzustellen der diese zielvorstellung quasi in die raumplanung umsetzt und damit wird dann eben auch die gesamte entwicklung gelenkt weil alle pläne die sich auf diesen plan beziehen halten sich dann letztlich an dieses leitbild leitbilder gab es in der raumplanung schon viele jede epoche manchmal sogar mehrere jahrzehnte haben bestimmte leitbilder das aktuelle leitbild ist das leitbild der nachhaltigkeit dass man versucht so zu planen und so zu bauen dass man einen möglichst positiven effekt auf umwelt wirtschaft und soziales hat und versucht keinen dieser drei aspekte außen vor zu lassen das thema nachhaltigkeit habe ich schon tausendmal in videos beschrieben denn das ist eh ein a und o thema für mich und für raumplaner auch und darum müsst ihr den kanal abonnieren wenn ihr mehr dazu erfahren wollt wahrscheinlich werde ich hier am ende des videos auch mal meine playlist am besten zum thema nachhaltigkeit anfügen wo ihr mal gucken könnt wie dieses leitbild der nachhaltigkeit funktioniert wenn ihr noch fragen zum thema leitbild habt schreibt es mir unten in die kommentare wenn euch dieses video gefallen hat gebt mir gerne einen daumen nach oben ich sage an dieser stelle wie immer tschüss und auf wiedersehen und bis zum nächsten mal ciao